Diese Woche feiern wir bei Hour of Power den zweiten Advent. Bobby Schuller predigt über das Thema Advent, warte nicht länger, bereite dich vor. Man will jung aussehen und man will jung sein. Alle Menschen werden jedoch älter, haben aber schreckliche Angst davor, älter zu werden. Wir denken, wer älter ist, der ist weniger wert. Sie sind Gott wertvoll und er hat etwas Gutes für sie geplant. Bereiten Sie sich vor und geben Sie das weiter, was Sie gelernt haben. Geben Sie den Segen Gottes weiter. Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, die beste Stunde im Fernsehen.